Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich bin auch gerade tatsächlich live auf Twitch. Mein Chat ist hier nebenan. Mit dabei ist heute der liebe Philipp, Apostel. Jawoll! Jawoll! Die Spielwiesen-Server sind noch nicht zurückgekehrt. Ich bin extrem traurig. Ich wollte eigentlich den ganzen Tag Spielwiese vorproduzieren. Aber egal, jetzt spielen wir eine Runde 12er-Teams, Philipp. Und wir rasieren durch, okay? Ich möchte eine mindestens 38-Kill-Runde haben, okay? Ah ja, gerne. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, draußen ist schon die Polizei, Philipp. Hörst du das? Oh ja, sie kommen für dich? Nein, 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 sie kommen für meine Runde, weil es illegal ist, um es zu spielen. Oh, fuck you. Bro, ich habe geändert. Ich habe meinen Spielwiesen-Style verbessert. Okay, sollen wir nach Snobby-Shaws? Lieber Chat, ich frage jetzt einfach den Chat und auch in meiner Aufnahme. Philipp, wir gehen nach Snobby, oder? Okay, okay. Should we go for action? Let's go pleasant, dann. Let's go pleasant. Pleasant Park, it is. Okay, wir haben hier vorne eine Menge Gegner. Egal, hier wird es auseinandergenommen. Well, no chest. Das ist schon mal ganz geil, also... Meine Kiste. Also hier war ein Gegner, habe ich gesehen. Der ist rechts irgendwo. Oh, er ist close hier vorne. Philipp, 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 hier. Philipp, komm her. Er hackt hier vorne ein Auto kaputt, der arme Typ. Der hat keine Waffe. Ich muss ganz kurz mein Ritual machen. Okay. Er hat mir immer seinen Stahl gegeben. Okay, Philipp, wenn ich jetzt keine Waffe finde, ich kann nicht mitspielen, weißt du? Ich bin raus, Alter. Bruder, okay. Ah, natürlich, klar. Ich kann ja auf jeden Gegner mit der Spitzhacke losgehen. Ganz tolle Idee. Ich habe eine blaue SMG, bro. Oh, Gegner bei mir? Oh, ja, du hast deine Freundin. Warum hast du das gemacht? Warum hast du jemanden geklert? Ich habe jemanden geklert. Das ist verrückt. Oh, Bro, er hat mich so hart. Ha! Got him! Oh, yes. Oh, ja, gimme that loot. Ravi shows his real face. Oh, Bro, he stole my Chak-Chak. Oh, oh, my God. Er hat mir den Chak-Chak gelegt. Philipp, weißt du, was das bedeutet? Der Kerl hat Gefühle. Oh, he has a heart of a nose skin. In front of me? Oh, yeah, 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 yeah. He's like... He's down. Not many of them. Why do people come there all the time? Well, right next to me, right next to me. Yeah, yeah, yeah. You can... No! You stole it! I would never. Oh, shit. Exactly. You stole that one. I didn't. I didn't. That was my kill from the beginning. Okay. Ich hab Waffen, ich hab drei Kills. Let's go! Philipp, jetzt können wir ausrasten, okay? Philipp, sollen wir in die Zone gehen? Alles klar, Bruder. Muss los an der Stelle. Also, es ist gerade ziemlich weird für mich, das hätte ich gleichzeitig zu streamen und aufzunehmen. Aber ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Denn so kann ich viel mehr Zeit sparen und doppelt so viele Videos machen und doppelt so viel Geld verdienen. Ha, 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 ha. Oh, ja. Right in front of you? Yeah. And he's done. Okay. Drei Kills beide, Philipp. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Aber wir wollten ja 20 haben, weißt du, was ich meine? Yeah, at least. Also, da muss noch einiges passieren hier. Philipp, steig ein. Steig ein, bitte. Steig ein. Is that even possible? No, I need a mini-gun. Bro, this is fast travel. You see this? Two enemies south. Three enemies south. Let's cross over to the other side. Nah, f***. I swear, if you hit one of them and kill one of them, I'm pretty proud. I mean, I've already hit seven times, I think. Yeah, but they didn't kill anyone. Oh, damn. Well, einen davon hole ich mir auch. Einen davon, oh mein Gott. Philipp, er schießt auf mich. Was soll ich machen? Well, danke, Philipp. Danke. Das war sehr nett von dir. Ich glaube, das war alles hier, wa? Ja. Das war das ganze Team. Und damit geht es zurück in die Zone. Oh, wir müssen ziemlich weit laufen. Muss los, Bruder, an der Stelle. Aber die Zone ist sehr, sehr langsam in den Spielmodus. Aber die Zone ist sehr, sehr langsam in den Spielmodus. Aber die Zone ist sehr, sehr langsam in den Spielmodus. So, alles gut. Oh, I hate one of them. Do you have a shot then? Right next to you, in the river. Close. I'm gonna try and deal with the guy that's shooting me. Oh, my God. Oh, my God. Right next to me, I guess. No! Fuck! Okay, there's still time to arrest me. Don't get me wrong. No, bro. Come over here. You can't do it. Philipp! I'll try. I'm in the Zone. I'm in the Zone. Philipp, six. Oh, Philipp! Fuck off! Philipp! I should never have listened to you. Damn, bro. Ja, Leute, Runde Nummer eins. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber ganz ehrlich, Philipp, wenn du genügend Materialien gefarmt hättest, ne? Wenn du genügend Materialien hättest. Ja, es ist your fault. Totally your fault. Ja, egal. Wir versuchen das jetzt nochmal. Und jetzt wird durchrasiert. Hast du eine Shotgun? Ja. In the Mainhouse? Mhm. Bye! Wo bist du? Wow, 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 wow. Bruder. Der ist gefährlich, der Mann. Oh, Philipp, no. He's gonna finish me off. He's on. No! No! Oh mein Gott. Als ob ich dann in ihn rein renne. Okay, Philipp. Try your best, then. Ist ja nicht wahr. Ist ja einfach nicht wahr. Na gut, egal. Dass er mich gefinished hat, hat schon seinen Grund. Wow, I'm stuck. The fuck? Okay, game-breaking glitch detected by Apostel. Oh, what? Hä? What the fuck? What? Oh, well. It's like glitchy in there, isn't it? I guess you can shoot from above. And if somebody's on it, you can kill him, right? I guess so. Oh mein Gott, Philipp. Wir haben einen Videotitel, Alter. We got the Videotitel, bro. We got the Videotitel, bro. I'm done. See? It works. Wow. Okay, das ist verrückt, Leute. Das ist crazy. Damn. Goddammit. I was just talking about how much I hate bugs. Let's get it. Very nice. Au. Okay, das schaffst du. Der Typ kann gar nicht. Der Typ kann nichts. Sehr gut. Oh mein Gott. Komm schon, Philipp. Oh mein Gott. Legende, Legende, Legende. Weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott. Das hat weh getan. Aber ich meine, unser Team, das hätten wir eh nicht mehr geschafft. Philipp, wir versuchen das nochmal. Versuchen das nochmal und dann holen wir einen Win, okay? Main, main building, main building. Okay. It's gonna be hard. Damn, so many people landing here. I'm so, I'm so like, I'm so dead. I'm so dead. Okay, bro. I'm, I'm, I'm literally dead. I'm literally dead. Come here then. I can't, bro. I can't. Where are you? I'm on my way. I'm on my way. Stay alive for one more second. Bro, I'm just, I'm just like bouncing around with this idiot here. Bro, I'm bouncing around because this guy's trying to kill me. What the fuck is happening in here? I just made a bounce castle. Okay, I'm bouncing out, I'm bouncing out, I'm bouncing out. 2 HP, bro. 2 HP, the dream. Welcome to the club. I got like 8 shotguns. Do you need one? Okay. Yeah, I'm pretty good. I just need some healing. Okay. Oh mein Gott. Das war so knapp, das war so knapp. I was on the verge of dying. You got healing? You got like... I got shotguns. Okay, that's good as well. Wait, someone under us. Okay, I got bindages, but I'm all gonna need him. 4 kills, bro. You're insane. So there's a guy at the parkhouse. Yeah, on top of it. He should be real lucky. Yeah, he's dead. One guy in the new building, and one guy under me. Two of them down there, actually. Okay, I got one. Got one? No, there's... One guy below you, one guy below you. Yeah, I know, I know. My names, my names. I think I got it. Oh, no, I didn't. She's trying to bail. Bro, how are you still alive? Die. Das war intense, aber schön. Es hat Spaß gemacht. Wir haben es ganz gut gemacht. Oh, fuck me. Bruder, was ist mit dieser Falle los? I think someone sniping us. I got a stalker. He's like... Oh, my God, it's Ravi. I don't know. Bro, give me some healing, then. He dropped me his scar. I don't know. I'm confused. I don't know. Thank you, bro. I have no idea why he did that. Give me a mad kid. So, enemies coming from Floss now. I just need to heal up first. Ouch. There are actually quite a couple of enemies alive this time. Also, können wir jetzt für high kills gehen. Philipp, wie viele kills hast du? Six. Oh, my God. Right behind me, right behind me, right behind me. Like, right in front of me. Don't worry, I sniped him in the head. Dude. Okay. We gotta move. Yeah. I need to heal up first. Thank you for the save. Oh, there are shields. You see them? Oh, they didn't take them? Oh, wow. Der Typ, der mir gerade die scar getroppt hat. Irgendetwas stimmt mit ihm. Something is wrong with him. I don't know what. Probably. His parents might have beat him too much or something. I don't know. Oh, hello. Enemy. There's teammates in front of us, like over there. Really? West, 300-something. Oh, yeah. The one on Tachkiller. Nice aiming. Yeah, got him again. Oh, someone took it. Right in front of me. Are you okay there? Oh, I'm good. Is there someone up in that cover? Those are mine. Okay. So, people are on the big mountain. I see at least one guy running up there. Bro. Oh, my God. In front of me. Right in front of me. Did he touch your peepee? He didn't even touch. He just ripped it off. Oh, there are a lot of enemies there. It's actually a little bit scary. Trying to cover you, but... It might be hard. I might have to do some covert shit. Do you think he can survive for a while? I'm good. I'm good. I just killed one of them. Thank you for the Zap, Jalex. Thank you. Because I need to get up from this mountain. Otherwise, there's no way we're going to kill these people. Get wrecked. Woo. Okay, Phillip. I think we're the last one. Right? Yeah, I got some people under me. Yeah, I'm coming. Killed two of them, but they're still... Yeah, those are the two I killed, I think. Then there's like three more people up here. I think they're in there. We've got to kill them, though. Otherwise, they win. Oh, there's actually a guy down here. Give me a second. All right, nice. Last people are in the hunted. Okay, shall we push them? Yeah, just give me a second. I'm going to blow it up. Yeah, there he is. First floor. To the right. Nice. Uff, Phillip. 10, 13 kills, Alter. Und ich mit 8, Digger. Junge, was ist los, Alter? Woo! Woo! Tasty shit, bro. Okay. Should we hunt the last guy? Yeah, sure. Imagine, like he's actually going to kill me. He's killing me. Dude, I suck. I just missed everything. Die! Bruh, I'll kill him. Nice. 9 und 13 kills, Phillip. Uff. So, Leute. Sehr schön. Nice game. Wir haben es geschafft, obwohl es eine Aufnahme aus dem Livestream war. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv die Apostel vorbei. Und das war's vom heutigen Video, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.